Mein Job möchte ich niemals mit irgendjemandem tauschen. Das ist definitiv mein Traumjob. Seitdem ich mich für den Leistungssport entschieden habe, war es immer so, dass wir einmal zu den Olympischen Spielen kommen. Ich habe Kira gesagt, sie wird den drei besten Spielern der Welt werden. Ich liebe mich oder mich. Fregeleicht. Auf was man alles verzichten muss. Wir sind einfach mal fast 250 Tage im Jahr unterwegs. Wir wussten von Anfang an, dass es ein steiniger Weg wird. Wir haben uns dafür entschieden und gehen wir weiter an. Mit dem Knie für Salta oder mit dem Knie für Olympia. Mach's Montag. Nein! Nein! Es ist halt wirklich eine schwere Zeiteinbau und die sind immer alle für uns da. Wenn ich mit ihr darüber gesprochen habe, hat sie immer von Gold gesprochen. Ich werde mich mit dem Knie verarbeiten. Ich mache mich mit dem Knie. Ich werde mich mit dem Knie spielen. Es wäre richtig vielollösen. Ich werde mich mit dem Knie spielen. Vielen Dank.